Lösen Sie den Stau im Darm Verstopfung zählt zu den häufigsten Verdauungsstörungen. Die Betroffenen leiden erheblich, der harte Stuhl macht jede Entleerung schmerzhaft und quälend. Lesen Sie, was den Darm wieder mobil macht. So funktioniert die Verdauung, am Anfang geht alles noch sehr flott, im Mund verweilt unser Essen nur Sekunden, bevor es in die Speiseröhre rutscht. Der Magen braucht bei normalen Portionen wenig mehr als eine Stunde, um die Nahrung in einen sauren Brei zu verwandeln. Der Portionsweise in den Dünndarm fließt. In dem rund 4 Meter langen Schlauch findet die Hauptverdauungsarbeit statt. Sie ist nach etwa 8 Stunden erledigt, und der Stuhl wandert weiter in den Dickdarm. Hier pausiert er auf seiner bislang schnellen Reise, die Schlussbehandlung des Speisereste dauert unter Umständen bis zu 3 Tage. Der Stuhl braucht Ballast, im Dickdarm leben Billionen von Bakterien. Sie stürzen sich auf Ballaststoffe und noch unverdaute Nahrungsbestandteile. Gleichzeitig erfolgt hier die Wasserrückgewinnung, der Stuhl wird kräftig eingedickt, damit dem Organismus nicht so viel Flüssigkeit verloren geht. Wann letzten Endes die Ausscheidung erfolgt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine wichtige Rolle spielen die Ballaststoffe, schwer verdauliche Fasern aus Obst- und Gemüsequellen im Dickdarm auf. Damit regen sie die sogenannte Peristaltik an, wellenartige Kontraktionen der Darmband schieben den Stuhl vorwärts. Man muss nicht täglich aufs Klo, wer selten muss, ist nicht immer verstopft. Die Häufigkeit des Stuhlgangs ist oftmals individuell sehr unterschiedlich. Während es denn einem dreimal am Tag zum stillen Örtchen drängt, kommt der andere höchstens dreimal pro Woche zu Botte. Beides ist normal, Mediziner sprechen erst dann von einer Verstopfung, wenn folgende Beschwerden auftreten, der Stuhldrang verursacht ein unangenehmes oder schmerzhaftes Druckgefühl, der Stuhl ist hart, langes und starkes Pressen ist erforderlich. Die Trinkmange muss stimmen, Patienten mit chronischer Verstopfung bekommen oft drei gut gemeinte Ratschläge zu hören, bewegen sie sich mehr, trinken sie mehr, essen sie mehr Ballaststoffe. Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass diese Verhaltensregeln nicht immer den gewünschten Erfolg bringen. Entsprechende Veränderungen des Lebensstils helfen zwar einigen Patienten, aber bei vielen kommt der Stuhlgang selbst mit Sport und großen Gemüseportionen nicht in Schwung. Eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme bringt nach den Erkenntnissen der Experten ebenfalls nicht sehr viel. Außer, der Patient trinkt dauerhaft deutlich weniger als 1,5 Liter pro Tag. Ist die Wasserzufuhr zu gering, muss der Körper sich so viel wie möglich aus dem Dickdarm holen, der Stuhl wird daher trocken und hart. Das Frühstück ist wichtig, wer verstopft ist, überprüft also am besten seine Trinkmange. Auch eine gesunde Ernährung schadet nicht, Ballaststoffe machen den Stuhl zumindest oft weicher. Als sehr nützlicher in dieser Hinsicht gelten Sauerkraut und Trockenobst wie etwa Pflaumen oder Feigen. Sinnvoll ist darüber hinaus ein ordentliches Frühstück. Denn beim Aufstehen wird ebenso der Darm aktiv. Eine Mahlzeit trägt ihn zusätzlich an. Wichtig, nach dem Frühstück muss genügend Zeit bleiben, um in aller Ruhe auf die Toilette zu gehen. Sanfter Schub für den Dickdarm. Verstopfungen sollten betroffen am besten mit natürlichen Mitteln beheben. So bringt zum Beispiel Milchzucker die Verdauung sanft in Schwung, und zwar ohne Nebenwirkungen. Milchzucker wird vom Organismus nur sehr langsam aufgenommen und gelangt daher bei höherer Dosierung bis in den Dickdarm, wo ihn nützliche Bakterien zur Milchsäure abbauen. Diese fördert nicht nur ein gesundes saures Milieu, das der Ausbreitung krankmachender Keime vorbeugt. Milchsäure bindet ebenso Wasser, der dadurch aufquellende Stuhl wird weicher und verstärkt die Peristaltik, der Darm kommt auf natürliche Weise wieder in Bewegung. Punkt 2